Neues Leben. Ein Kind entsteht. Vielleicht das größte Wunder der Natur? Ein dichtes Netz an Vorsorgeuntersuchungen begleitet heute jede Schwangerschaft. Die Technik erlaubt detaillierte Diagnosen wie nie zuvor. Aber wie viel wollen wir eigentlich wissen? Und wie entscheiden wir, gerade dann, wenn nicht alles gut ist? Wenn wir in ein ethisches Niemandsland geraten, wo es keine einfachen Antworten geben kann? Dieser Film begleitet Menschen, die solchen Fragen auf ganz unterschiedliche Weise begegnen und von ihren Erfahrungen erzählen. Sandrine und Thomas sind mit Kalinka endlich eine Familie. Doch es ist nicht ihr erstes Kind. Vor zwei Jahren war Sandrine schon einmal schwanger. Sonja wurde mit Anfang 40 ungeplant schwanger. Die Ärzte sagen ihr, dass ihr Kind nicht gesund sein wird und sie muss eine schwere Entscheidung fällen. Liene ist 26. Sie ist Puppenspielerin sowie ihr Freund Heinrich. Sie ist in der 23. Woche schwanger und hat schon viele Untersuchungen hinter sich. Auch die feinen Diagnostik. Das ist ja für uns beide das erste Kind. Das heißt, wir wissen noch nicht, wussten vorher noch nicht so richtig, was eigentlich alles an Untersuchungen, an Sachen gemacht wird. Und wir haben irgendwie aus Sorge, weil wir nichts falsch machen wollten, haben wir endlich alles machen lassen. Tja, das ist natürlich, äh... In dieser Dose befindet sich unser Kind. Ich finde die ersten Aufnahmen eigentlich von Beginn an. Also vom kleinen Zellwürmchen, Klaviertransporter. Oh, den Klaviertransporter. Das muss man chronologisieren. Also das ist das kleinste. Ach, schön. Ja. Eigentlich so das erste Ultraschallbild. Unser kleiner Zellhofen. Haben wir auch am Anfang... Ganz der Papa. Ganz der Papa und der Zellhofen. Nee, wir haben halt immer gesagt, irgendwie der kleine Haufen. Und das ist dann gerade mal einen Monat später. Man sieht halt dann schon Kopfform, Lage, kleine Händchen, Aderverlauf. Glaube ich, da war es das erste Mal am 24.8., dass ich den Herzschlag gehört habe. Und wir... Und das war jetzt halt, als wir die neuen Aufnahmen bekommen haben, neue Untersuchungen, war es dann schon so... Schon so richtig im Rhythmus. Und was natürlich der absolute Kracher war... Was ist die Fein-Diagnostik? Das war halt völlig verrückt, als sie sagte, ich mache jetzt mal eine Aufnahme, eine 3D-Aufnahme. Was, 3D? Und dann hat sich da langsam so ein Gesicht aufgebaut. Und wir waren beide, glaube ich, echt richtig gemerkt, ich war den Tränen nahe. Das war ich auch. Es war völlig verrückt, weil es war völlig krass, es hat jetzt einfach ein Gesicht. Das sind eins von den Bildern. Lächelt. Ja. Kleine lächelnde Mädchen. So ein bisschen ranschmiegt. An die Plazenta. Schöne mal. Ja, doch. Er ist einer der führenden Pränataldiagnostiker Deutschlands, Professor Karim Kalasch. In Algerien aufgewachsen, kehrte er mit dem Studium in das Land seiner Mutter zurück. Heute hält er Vorträge auf der ganzen Welt und betreut komplizierte, aber auch ganz unauffällige Schwangerschaften an der Charité in Berlin-Mitte. Sie können ja da mitschauen, ne? Mhm. Also ich glaube, viele Schwangere sind sich gar nicht bewusst, wo sie da hingehen und wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Ähm, die Schwangerschaft ist ja ein schönes Event, ja, und sehr oft wird denen auch gesagt, also ich wiederhole nur, was uns zu unseren Patienten, ja, weswegen sind sie zu uns gekommen? Ja, meine Ärztin hat mir gesagt, sie haben bessere Geräte und bei Ihnen, oder mein Arzt, und bei Ihnen könnte ich auch ein paar schöne Bilder bekommen und so weiter, ja. Und dann glaube ich, dass, ähm, viele Ärzte, ja, die die Vorsorge machen, sehr große Angst haben von dieser Fehlbildung, was zu übersehen und, ähm, sind da sehr hinterher, ne? Also, dass die da, diese Pränataldiagnostik, dass geschaut wird, dass das Kind nichts hat, und wenn es was haben sollte, dann bin ich nicht die Einzige, die das übersehen hat oder nicht gesehen hat und so weiter. Ich guck lieber nochmal, ne, wenn es so wichtig ist. Ja bitte, guck lieber, oh, die, das wäre Wahnsinn mit der Witzspinne. Oh nein, das ist ein Mädchen, 100 Prozent. Oh nein, oh, ist so geil. So chillig, alles übertragen jetzt. Schlecht wollen wir, möglichst nicht wissen. Nicht wissen, okay. Wenn Sie es sehen, verraten Sie es. Also, wenn ich es sehe, dann verraten. Nicht verraten. Nicht verraten. Nein, nein, das, das, äh, ne, mache ich auch nicht mal. Wie ist das? Also, das ist das Kleinhirn, also im Gehirn, hinten das Cerebellum. Die Medizin ist so fein geworden, Pränataldiagnostik ist das Paradebeispiel, ist so fein geworden. Also man schaut nicht mehr einfach so mit das lose Auge und tastet und übersieht vieles, was im Endeffekt keine Konsequenz gehabt hätte. Aber man sieht vieles und man kann das noch nicht so gut einordnen. Die Pränataldiagnostik an der Charité hat Professor Rainer Bollmann in den 80er Jahren aufgebaut. Er hat die Forschung entscheidend mitgeprägt und viel erlebt. Wir haben eine Patientin gehabt damals, da wurde mir gesagt, am Montag machen Sie aber bitte bei dieser Frau einen Kaiserschnitt. Weil der Neurochirurg gesagt hatte, dieses Kind hat einen Wasserkopf, wie ich gesehen habe, im Ultraschall. Hier müssen wir unbedingt Ventile einlegen, damit ihm das Kind gerettet werden kann. Und ich bin anschließend hingegangen zu den Kinderärzten, die das Kind versorgt haben. Das muss 1982 oder 83 gewesen sein, also das war schon in der neuen Klinik. Und da haben die in jede Körpererhöhlung irgendein Draht gesteckt und abgeleitet und Sonnen gelegt und so weiter. Dieses Kind war schwerst krank. Das hatte nicht nur einen Wasserkopf und einen Fachausdruck Hydrocephalus externus, der also nach außen gewachsen war. Der Kopf war viel zu groß, sondern das hatte eine knallharte Bauchdecke. Also eine Kontraktur in der Bauchdeckenmuskulatur konnte die Beine nicht richtig bewegen. Eine kaudale Regression, als kaudale Regression bezeichnet man das. Und dieses Kind hieß Heidi und ist nach, ich glaube, etwa zwölf Operationen verstorben. Also da ist alles Mögliche versucht und gemacht worden. Aber dieses Kind hatte keine Möglichkeit zu leben, so schwere Veränderungen, Fehlbildungen hatte es. Und da bin ich zu meinem Chef dann gegangen und habe gesagt, das hätten wir aber auch vorher rauskriegen können, was mit diesem Kind ist. Da hätten wir diesem Kind und den Eltern auch eine Menge ersparen können, wenn das hätten wir erkennen können, dass dieses Kind keine Möglichkeit hat zu leben. Und da hatte mein Chef dann gesagt, naja, wenn Sie sich dafür interessieren, dann kümmern Sie sich doch darum. Und da hatte mein Chef dann, wenn Sie sich dafür interessieren, dann kümmern Sie sich doch darum. Und da hatte mein Chef dann, wenn Sie sich dafür interessieren, dann kümmern Sie sich doch darum. Und die Feinddiagnostik bin ich auch so reingeschlittert. Ich hab das so einigen Leuten erzählt, dass ich das mache und dann haben auch ganz viele gefragt, ach ja, du machst das? Hä, ist das nicht selbstverständlich? Gehört das nicht dazu? Aber ich hab mich mit einer Freundin unterhalten, die auch ein Kind hat, was jetzt schon ein bisschen älter ist. Und sie hat mir halt erzählt, dass sie diesen Test nicht gemacht hätte, wissend, dass sie nicht hätte mit dem Ergebnis umgehen können, wenn es jetzt negativ gewesen wäre. Und dann ist mir erst klar geworden, ja klar, was hättest du denn gemacht? Das war bei mir, glaube ich, eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 9000 oder so, also ziemlich eindeutig, dass da nichts ist. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich vor die Fragen gar nicht gestellt werde, aber es hätte ja so sein können. Und dann hätte ich es nicht gewusst. Komm her! Sandrine und Thomas sind schon lange ein Paar. Die Philosophin und der Psychotherapeut gehen sehr bewusst durchs Leben. Kalinka ist ihr zweites Kind. Bei ihrer ersten Schwangerschaft vor zwei Jahren traten unerwartet Komplikationen auf. Wir sind gerüht und du wirst geschüttelt. Das ist gut geschmeckt. Dann hat sie geguckt und sie hat nichts gesagt und geguckt und immer noch nichts gesagt und sie bleibt still. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, da ist etwas, das mir gar nicht gefällt. Also, das Ultraschalten, das Gehirn, also das Wasser ist immer schwarz. Es gab so eine große schwarze Stelle. Und er meinte, wir sprechen hier nicht von einer Trisomie 21, sondern wir sprechen da von einem Kind, das wahrscheinlich leben wird, aber nur vor sich hinvegetieren wird. Das war eine von meinen Ideen, also was kann ich mein Kind, also wie wird mein Kind leben, in diesem Zustand. Wir sind dann nach Hause gegangen und haben uns entschieden, nicht darüber zu sprechen, über die Entscheidung, die wir treffen, sondern so. Erstmal, jeder für sich sollte entscheiden, was er machen möchte. Und wir hatten geplant, am Tag danach uns dann hinzusetzen und zu schauen. Aber nach zwei Stunden am Abend habe ich Thomas angeschaut und mir gesagt, ja, ich glaube, ich weiß. Der meinte, ja, ich auch. Und wir waren beide der Meinung, dass wir die Schwangerschaft nicht weiterführen wollten. Und uns entschieden haben, so eine neue nicht zur Welt kommen zu lassen. Und dann bleibe ich dir ja aus, die Gäste. Das ist der Friedhof. Das hier hat eine Freundin von Thomas angefangen, so eine Dicke für Hanoi. Er ist aber nicht fertig gewesen, aber es gehört zu der Kiste. Hier ist ihr Fuß. Das ist der Friedhof. Hier ist ein schönes Foto von Hanoi. Das ist ein Fotografen an der Pathologie, also jemand, der in der Pathologie der Charite-Mitte arbeitet. Sie macht das für die Eltern auf persönlicher Basis. Und das ist total schön leid. Die Fotografen, die man sonst schießt, ist ihm schon nicht so schön. Und man hat nicht richtig den Mut, sich so zu inszenieren. Und das ist alles, was ich von Hanoi habe. Bei uns, was ich von Hanoi habe. Untertitelung des ZDF, 2020 Ein viertes Kind war nicht das, worauf Sonja gewartet hatte. Trotzdem entschied sie sich dafür. Dann begannen genauere Untersuchungen. Also sie hatte von den Proportionen, Kopfgröße, war alles okay. Also nirgendwo gab es ein Anzeichen dafür, dass irgendwas wäre, außer halt diesen kleinen weißen Fleck im Herzen. Ja, und dann war halt die Frage, geht man weiter in der Diagnostik, um zu wissen, was los ist? Klar, man muss das jetzt wissen, ob das ein Down-Syndrom ist oder nicht. Irgendwann bekam ich einen Telefonanruf zu Hause und habe das Ergebnis telefonisch mitgeteilt bekommen. Saß da ganz alleine, war völlig schockiert und dachte, oh Gott, was ist jetzt? Ja, Lutz war sofort, nee, geht auf keinen Fall, er will kein behindertes Kind, kam ganz massiv und meinte, nein, er möchte das nicht. Er kann sich das überhaupt nicht vorstellen und lag damit natürlich auch genau in dem, was, äh, wie es halt so ist. Ich meine, ich habe es ja gesehen in der Riesenaufnahme, da war ja alles dran an dem Kind, ne, eine süße kleine Nase und kleine Hände. Und man hat schon die Kindsbewegungen gespürt, das ist ja, manche Kinder hatten dann auch früher. Und ich dachte dann, ein Kind kriegen mit dem Ergebnis, dass es dann tot ist und ich das dann auch noch bestimmt habe. Ich habe mir gedacht, das ist so eine lebenslange Schuld, die ich dann trage. Und dachte, die kann ich gar nicht tragen. Hallo. Hallo, Mathilda. Oh, hier kalt. Hallo, bitte. Wir sind jetzt schon da weg. Sie muss experimentieren, bevor wir rausgehen, experimentieren, bevor wir rausgehen in den Garten. Hat sie mal Handschuhe bekommen? Ja. Willst du was, Meißchen? Ich dachte, ich fundiere dir mal einen Schal. Besser? 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 Ist wärmer? Hier? So. Okay, du ziehst jetzt den Schlüchen. Komm, und feste. Komm, wir ziehen den zusammen. Der Mann hat alle vorbereitet und dadurch erleichtert. Dieses Wissen war dann eigentlich gut. Ab dann, wo klar war, ich muss mich jetzt nicht mehr entscheiden. Diese Entscheidung, das war furchtbar. Kannst du noch mal atmen? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich hab' das eigentlich gespürt. Ich hab' das gleich verstanden. Ich gucke, ich hab' das gleich verstanden. Okay. Luft rein. Nach Down-Syndrom wird ja auf der ganzen Welt systematisch gesucht und gescreent. Davon leben ja fast viele Gynäkologen, muss man sagen. Und es ist so, weil das einfach eine häufige, die häufigste Ursache für eine geistige Behinderung ist. Es ist nicht die schlecht geführte Geburt oder der Sauerstoffmangel nach der Geburt. Es ist das Down-Syndrom. Und bevor diese Pränataldiagnostik ihren Lauf genommen hat, hat man ja viele Down-Syndrom auf der Straße gesehen. Heutzutage sieht man die kaum, aber man sieht ab und zu mal, sagen wir mal, einer, der vielleicht übersehen worden ist. Ja, ja, ja. Jetzt geht's. Ja, ja. Jetzt geht's. Ja, ja. Manchmal denke ich, Mensch, ich muss doch jetzt mal was sagen. Dann mache ich das nicht, weil es ist unfair für die Patienten und für das Paar, weil manche sagen ja, naja, sagen die doch mal was. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und da versuche ich, das bewusst auch nicht zu machen, weil ich auch selber nicht wüsste, was ich machen würde. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das genau wüsste. Also ich glaube, drei Tage Bedenkzeit, ja, so als Pauschale hat man vorgesehen. Aber ich glaube, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, die man so in seinem Leben trifft. Na, wie geht's? Habt's schon mitbekommen? Ich geh mal die Hand. Hallo, alles gut? Ja, alles gut. Super. Hey, hallo du. Ja, aufgewacht. Ja, ne, hier ist die Eiser. Der Herr hat die Schulbau ganz oft gesehen. Ja, ja. Alles gut, ja, ja. Klasse. Also wir sind nicht bedanklich. Zwei Jahre Unterstützung. Ja, zwei. Ja, gut. Okay. Und die sind alle zufrieden, ne? Läuft alles gut, das Baby und Schlafen und alles so? Ja, also das Baby ist sehr gut. Ich schlafe nicht sehr viel, aber jedes Mal, dass ich aufbache, denke ich mir, naja, ich habe mich das so gewünscht. Und das ist jetzt soweit, dass ich noch nicht schlafe. Hoppala. Ja, das ist gut. Ach ja, Mensch, ja. Ja. Ich kann mich nur erinnern, dass dieser Alkoholgeruch auf meinem Bauch, das ist auch so die gleiche Zimmer, wo dann so die Feindiagnesie stattfinden und außer der Bildschirm war raus, dass ich sie nicht sehe. Und dann so mit den großen Nadeln wird so ein Kiff eingespritzt, die dir das Herz zum Stillstand bringt. Dann muss man kurz warten, um sicher zu sein, dass es funktioniert hat. Dann habe ich diese. Diese Mittel zum Einleitung bekommen, die wirken aber, also gut 24 Stunden, manchmal ist es vielleicht Tage danach. Und dann bleibt man die ganze Zeit mit dem totes Baby im Bauch. Das ist auch total anders, weil wenn man schläft, dann schiebt sich das Baby. Und wenn man aufsteht, dann, es bleibt so, also das bewegt sich kaum, also gar nichts. Die andere Kreißsaal gab es andere Mutter, die geschrien haben und wenn die Baby da rausgekommen, sie haben sich geschrien. Und dann haben sie natürlich nicht geschrien, deshalb spricht man von stiller Geburt. Dann haben sie, also ich habe sofort eine auf mich gekriegt. Ich war erst mal total überfordert mit der Situation, weil dieses totes Kind so da auf mich zu haben, das war... Ja? 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 Ja! Ja? Ich habe gerade bei der Tiele gebucht. Du hast das mal ganz? Ja? 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 Ich bin soweit. Warte, tschüss. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Sieht gut aus. Kannst du das mal rüber? Ja. Oh. Okay. Das war so über fünf Uhr, dass ich mich ... ... mit der Diagnose, mit der Trainung von Anneu beschäftigt habe. Also, es gab einen Moment, wo ich dachte, ich werde verrückt. Ja. 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 da hatte sie dann gesehen und hat sie dann doch auch lieb gehabt und die Freundin hat ihm nämlich Bescheid gesagt ich hätte das nicht gemacht und dann ging das eigentlich ganz schnell dass er dann doch so sie gar nicht schlimm fand du hattest nicht mehr geguckt das haben oder erst wollte ich gucken nö ach ich fahr da verdacht hin und wenn nicht dann fahr ich einfach zu mir ein bisschen Zeitvertrag das ist gar nicht was Moja machen wollte aber ich glaube nicht dass sie so schnell aus dem Warte mal ein paar Tilda warte du willst noch mehr essen habe ich dich falsch verstanden mach ich jetzt auch ein Stück ist auch für mich absolut nachvollziehbar wenn wenn dann die Partner sagen hey das kannst du aber alleine machen dann will ich nicht an deiner Seite wenn du behindertes Kind jetzt zur Welt bringst dass das für viele Frauen ein Grund ist dann zu sagen das schaffe ich nicht und das verstehe ich auch heute geht es mit dem Papa ins Museum ja genau wir fahren Auto okay das ist das U das U hast du dir rausgesucht das U das U das U das U U U U U U Prima, sehr gut. So macht die Eule, ne? Ich habe eine Zitrone gesehen. Es ist ein großes Geschäft, diese Prenataldiagnostik. Aber was ich wichtig finde, ist, dass es mehr professionelle Begleitung geben muss. Das ist so eine Lebensentscheidung. Also wirklich das ganze Leben verändern wird. Ach so, alles magst du an, das ist auch gut. Und ich fand nicht, dass ich die professionelle Hilfe zur Seite gestellt bekommen habe. Dass ich dann mal eine halbe Stunde mit einem genetischen Beratungsgespräch bekommen habe. Das geht nicht, das reicht nicht. Nicht für das, was man da entscheidet. Was jetzt? Ach Gott, die ist doch so furchtbar hässlich, diese Puppe. Nimm doch lieber deine schöne. Die ist doch großartig. Ja, und das ist halt diese Debatte, die eigentlich zu wenig geführt wird zum Ansetzen. Schon, aber nicht wirklich. Wo sind die Grenzen? Und Grenzen finden das natürlich schwer. Wo ist die Grenze? Ab wann verliert ein Fötus sein Recht, geboren zu werden und wann nicht? Ja? Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich weiß, dass vor kurzem ein Kollege auf einem Kongress so eine Zusammenfassung seiner Schwangerschaftsbeendigung ganz stolz dargestellt hat. Ist ja auch okay, muss man ja sagen. Also viele Diagnosen gestellt, viele Paare betreut. Und dann ist auf einem medizinischen Kongress, ein Kollege, den ich auch gut kenne, der ist da aufgestanden und hat ihn als Mörder beschimpft. Auf einen Kongress. Was ihm einfach, der andere war sprachlos und es endete fast in, sage ich mal, eine Partei, die gedacht haben, ja klar, der hat 30 Kinder umgebracht sozusagen oder 30 Babys. Aber so ist die Situation. Guck dir das mal an. Wie hatte ich vor 14 Tagen hier sehen und da ist mir bloß draufgefallen, dass es hier sieht. Und hier ist das Anno. Ja, ja. Und dann habe ich noch Klumpfüße dabei. Hallo Frau Musik. Geht gleich los, ja? Prof. Bollmann kennen Sie ja. Ja, ja, klar. Okay. Und ich habe das auch niemand anders machen lassen. Ich habe es sicherlich so gemacht. Ich wollte nicht die belasten damit. Nee, nee, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist letztlich seit 1984. Da haben wir angefangen mit der Feindiagnostik, also dass wir uns ganz speziell darauf gestürzt haben. Das sind immerhin 26 Jahre gewesen, also bis 2010, nicht nur dann 2009, 25 Jahre. Und da ist eigentlich zusammengekommen, ganz sicher. Ich bin schon zur Supervision gegangen und hatte auch psychische Betreuung, das habe ich schon gemacht. Das geht doch nicht so einfach an einem vorbei. Nee. Ich denke, manche machen das so, ja, aber die verdrängen das auch bloß. Oder ich wüsste nicht, dass jemand so ein kalter Hund ist, dass einem völlig wurscht ist. Ich will mal gucken, ob die Bienen noch leben. Ja, es ist schwer. Also es gibt Menschen, die dafür nie ein bisschen Verständnis hätten. Es gibt gute Pränataldiagnostiker, die das sehr, sehr gut machen, die nie sowas machen würden. Die sagen, mache ich nicht, geht nicht, geht bei mir nicht. Weil vielleicht ja diese kleinen Geister da sehr, also weil die das mit einem Eingriff gegen das Baby so verbinden, wahrscheinlich emotional. Was bei mir nicht der Fall ist. Die Schwierigkeit ist nur immer diese zwei Wege, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich ein Baby das Leben raube oder so. Auch wenn es so ist, ja, aber es ist nicht so. Also auch diese Entwicklung, Recht auf Nichtwissen und so, das kommt wahrscheinlich aus dieser, sagen wir, dass uns bewusst wird, dass wir mehr und mehr, sagen wir mal, in diese Kristallkugel reinschauen können und dass wir das eigentlich als Menschen gar nicht so wollen. Aber der Genetiker im Labor, der arbeitet erstmal dran, so, ja. Und wir sind gerade mit das, was wir jetzt machen können, wahrscheinlich so am Beginn der großen Entwicklung. Oh, 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 oh. Nee, nicht so gut. Hey, du mein liebes, süßes Kind, du. Kleines Baby. So. Du siehst mal aus. Ja. Gut, dass du mich nicht sehen kannst. Ich seh so scheiße. Warte, du machst das mal. Oh Gott. Oh Gott. So. Warte mal. Das hab ich noch nicht gemacht. Dann haben wir den ersten Schrei gehört. Dann haben wir beide angefangen zu heulen. Dann haben sie mich relativ schnell geholt. Und dann war ich da. Und ich weiß nicht. Ich muss erst mir überhaupt nichts anzufangen mit dem kleinen Ding. Ich hab sie einfach nur angeschaut und geweint. Und dann, glaub ich, das Lied, was wir immer singen, gesungen haben, als sie noch im Bauch war, hab ich dann einfach immer vorgesungen. Ja, das war krass alles. Ich bin aber nicht einfach. Oh Gott. Ich bin so weit weggegen. Ich bin. Es war krass. Ich bin so weit weggegebracht, ich bin so weit weggegen. Ich bin so weit weggegen. Oh Gott. Ich bin so weit weggegen, so weit weggegen. Ha, ich habe schönes Kind, so weit weggegen. Untertitelung des ZDF, 2020